Ich bin von Beruf hier Pianist und habe mich seit einigen Jahren dafür eingesetzt, die Förderung von jungen Musikern. Und dieses Wettbewerb, gegründet, ins Leben gerufen, kann man so sagen, da ich das Bedürfnis hatte, ein Wettbewerb, der sich ein bisschen anders läuft als die vielen anderen Wettbewerben. Es ist ein großes Anliegen, dass wir die Teilnehmer im Vordergrund stellen. Sie sind die wichtigsten Leute hier. Das zweite Grundgedanke war der Repertoire. Jeder darf das aussuchen, was er gerade spielt, was er gerade gerne spielt und auch für den Lehrer, was gerade für seine Entwicklung gut ist. Ich spiele jetzt schon seit fünf Jahren, sogar schon über fünf Jahre Geige und pro Tag übe ich bis, also so drei bis vier Stunden. Es ist auch mein Traum, uns mal später beruflich zu machen. Ich bin sehr froh, dass ich hier als Teil der Jury bin, weil es eine ungewöhnliche Wettbewerb ist. Es hat eine sehr große Emphasis auf die Musik. Ich freue mich sehr, weil ich habe das erste Mal den ersten Preis gewonnen. Ja, das ist super toll. Es gibt so viele junge Musiker heute, die ihre Instrumenten sehr gut spielen. Aber in einer Weise, vieles Spiel werden standardisiert. Was wir für über alles, ist Charakter. Ich finde, dieser Wettbewerb ist für meine Geigererfahrung sehr gut. Und dieser Preis ist auch für mich ganz besonders. Es ist der erste Preis. Ja, finde ich. Und ja, wir sind sehr froh. Hier ist ein Wettbewerb für Geigen und Klavier. Und wir befassen uns mit den Geigen und helfen denen einfach zu guten Instrumenten. Die kriegen einen Geldbetrag, haben die Möglichkeit, in die Schweiz zu kommen, haben dort, können gratis übernachten im Gästehaus der Margini-Stiftung und nachher können sich ein Instrument auswählen. Da sind im Moment etwa 130 Geigen da. Und da ist es ja so, sie können nicht dem Michael Schumacher irgendeinen Lad ergeben und sagen, also schau mal, ob du gewinnen kannst. Die müssen sehr gute Instrumente haben. Und ich muss sagen, wir hatten ein sehr großartiges Spiel in diesem Festival. Ausdruck, wenn einer sich reinlegt, das zählt am meisten. Wir wollen nicht uniforme Künstler haben, die alle nur dasselbe können, sondern wir wollen wirklich Künstler haben, die individuell sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und früher, machte einen kleinen Geigen. Vielen Dank.